Bildstabilisatoren sind einfach eine feine Sache, da sie dir in schlechten Lichtverhältnissen helfen können, Verwackelungen zu vermeiden. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von optischer Bildstabilisierung. Das ältere von beiden Systemen ist die Stabilisierung über ein bewegliches Linsenelement im Objektiv. Die zweite und neuere Stabilisierungsart bewegt den Aufnahmesensor selber. Die Stabilisierungsleistungen von beiden Systemen sind ungefähr identisch. Stabilisatoren im Objektiv haben lediglich bei langen Brennweiten bessere Stabilisierungseigenschaften. Auch bei Kameras mit Wechselobjektiven verhält es sich so, dass die Stabilisatoren im Objektiv bessere Ergebnisse bei langen Brennweiten bieten. Doch es gibt weitere Vor- und Nachteile beider Systeme. Während die objektivinterne Stabilisierung bei DSLRs auch das Sucherbild stabilisiert, kann ein stabilisierter Sensor nur bei Liveview das Bild stabilisiert anzeigen. Bei spiegellosen Systemkameras wird das Sucherbild, egal welche Art von Stabilisator vorhanden ist, stabilisiert angezeigt. Einige wenige Spiegellose können sogar den Objektiv- und den Sensorstabilisator kombinieren. Dazu müssen aber die Objektive und die Kameras diese Funktion unterstützen.